Es ist ein Ort, von dem so viele Menschen träumen. Es ist das Meer mit seinem ganzen Zauber, das ihnen hier zu Füßen liegt. Machen Sie Urlaub, wo die Natur Ihnen alles geben kann, was Sie zur Erholung brauchen. Hier in Marina Wendthorf, nördlich von Kiel, ist die See tatsächlich zum Greifen nah, ist das maritime Flair nicht einfach nur eine Redewendung. Unsere Ferienwohnungen liegen nur 20 Meter vom Wasser entfernt. Ein einzigartiges Flair direkt an der Marina. Genießen Sie Ihre wertvollen Urlaubstage in einer Wohnung, die keine Wünsche offen lässt. Hier können Sie eine unbeschwerte Zeit verbringen, die Ihnen alles das gibt, was Sie von einem Traumurlaub erwarten. Modern und absolut hochwertig ausgestattet, wird es Ihnen in unseren Ferienwohnungen an nichts fehlen. Egal, ob Sie Ihre Stunden in Zweisamkeit, mit der Familie oder mit Ihren besten Freunden verbringen wollen. Entspannen Sie im Dampfbad oder im Whirlpool in einem der Penthäuser. Es gibt Wohnungen, in denen Sie sogar mit bis zu 10 Personen eine erlebnisreiche Zeit verbringen können. Ihre Erholung steht im Mittelpunkt, ob in der Wohnung, im freistehenden Ferienhaus oder auch gleich vor der Tür. Marina Wendorf bietet nahezu unerschöpfliche Möglichkeiten, ob Sie zu den Wassersportlern gehören oder einfach nur Badefreunden genießen wollen. Die großen Schiffe, die die Weltmeere befahren, können Sie hier geradezu malerisch erleben. Ob Sommer oder Winter, die Natur ist immer wie eine Schatzkammer. Für Erholungssuchende genauso wie für Menschen, die gerne auf Entdeckungstouren gehen. Erfahren Sie Entspannung oder Inspiration durch die vielfältigen Kulturangebote. Ihre Wohnung in Marina Wendorf liegt direkt im Herzen einer der schönsten Urlaubsregionen an Schleswig-Holsteins Ostseegüste. Ob Sie nur ein paar Tage zur Entspannung kommen oder hier einen mehrwöchigen Urlaub verbringen wollen, Darncenter ist mit seinen Mitarbeitern stets in der Nähe. Wir kümmern uns darum, dass Sie hier in Marina Wendorf eine sorgenfreie Zeit haben. Selbst Ihre Haustiere sind sowohl in unseren Ferienwohnungen als auch in unseren modernen Ferienhäusern, die nur ein paar Meter weiter stehen, herzlich willkommen. Wir haben für Sie das ideale Feriendomizil. Denn seit 60 Jahren sind wir Spezialisten für Ferienhäuser und Wohnungen. Auch auf unserer Internetseite können Sie noch mehr über Ihren Traumurlaub in Marina Wendorf erfahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017